Willkommen zu einer Plotische Kinderstunde über Radio de Brigg in Elmer, Ontario. Hallo Kinder, hier bin ich reißig, Frau Maria. Und wenn Sie die Geschichte verletzen, hören Sie, wo die Allermeister abgerichtet werden, Josh und seine Cousinen. Als Josh seine Tante, ihre Freundin, hat sie gefragt, ob ihre kleine Dachter Abi, können fünf Staudte auf der Form sein. Und nun müssen sie alle, diese kleine Abi zu sein. Einweg, Leute, wir werden dann so weit. Ma, Becky und ich, von Fuß mit der Kutsch, in Roseville, in Boonhof, erklärt Prissy ihre Cousine Debbie. Wir holen Abi und ihre Mama auf. Debbie duckert mit dem Kopf. Dann würde ich noch Timothy gehen, vielleicht wird sie mit mir spielen. Sie randt über den Hof und verschwankt an der Schiene. Timothy verbracht meist jede frie Minute auf dem Herboden, weil es da wohnt, Miss Amelia. Dort wird eine Kut. Die Kut geht hier am ganz allein. Und dort wird vor allem so ein Messer und Barster, was ich verstauen kann. Bist du, du Buben, Tim? Kann ich auch den abkommen? Timothy sieht nicht vor das Wort. Ihr wohnt, ich spielte heute am liebsten ganz allein mit der Kut, mit Miss Amelia. Aber Debbie gleicht ja auch seine Kut. Und sie hat nicht ihre Eine Kut, was sie streicheln können, wenn er mal sie will. Und dann rupt er doch, Jo, komm bloß noch. Debbie klottert die Lade noch. Und möchtet sie ihn weicht erst dorthin. Hallo, Tim, sieht sie. Gendach, Miss Amelia. Sie sah sich, du besiegt ihr Kusen auf den Hütt und streichelt die schnurrende Kut. Sie haben dir auch zwei Müsse geredet, berecht Timothy stolz. Und schau mal, was ich für sie gemerkt habe. Sie weiß noch eine kleine Kiste, die mit der und nach einem Tag ausgepultet wird. Du bist, und kannst sie schlippen, erklärt er. Dort sind die sehr gemütlich, mein Debbie. Ein richtig kleines Kuttenbad. Timothy stammt die Kiste drei und einen Platz und sieht, ich mag nicht gehen. Ich soll Ben noch am Stolz halten. Er stammt ab und klappert sich ein paar Haar-Halm von der Bächse nach oben. Du, du kannst du noch hierbleiben, wann du wärst, sieht er ein bisschen stückreich. Dann ist Miss Amelia nicht so lange allein. Ich klappte die Leder auf. Dankeschön, Tim, röpt Debbie am noch hängeron. Priscilla, Becky und ihre Mama wären über dem all hängerweißen im Bohnhof. Der Stadt Roswell der wir fünf Miel auf von Westen. Und dort in Roswell der wir in zwei Körgen, zwei Sturen und noch ein paar andere geschaffte. Aber das wichtigste wird die Bohnhof. Auch wenn du bloß dreimal der wünscht. So wird so jern an blande Walje hohe 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 ober er hohe wie ein brun und glatt und er verhebt nicht wahlig. Das ist ein so krank und mein sie schließlich. Der hohe ist dass das eine feine mial ist. Das lebe ich ganz bestimmt. Miet Tonte Betty er mit. Ab ihr mame das ist eine feine frü. Aber nicht alle kinder sind fein bloß ihr mames fein sein, sagt Becky. Mrs. Walters das eine feine frü. Aber Tony nicht. Die oehrt mich immer. Das ist doch er sehen. Oh, das ist ein jung, erklärt Prissy. Das fern sein erst meistens für mich alles. So hohen ich eine Tiet meia von dem Tümer wieder zu reden, will sie plötzlich beim Bohnhof angekommen werden. Nü, dort sie beim Bohnhof angekommen werden. Kloterten sie vom Kutschbock rauf und Tonte Betty Bunkte Pied und eine Stang fußt. So mi alle seht sei, dann kommt. Hoffentlich wird der Tücher Tatit sehen. Prissy er hört ihr dort klappert lüht und sie habt den Bohnen stich untäumen. Nicht mauer lang und dann wird sie Abit lernen. Der Tücher wird noch nicht. Tue Manner wird sind erst ungetrocken werden stündig bei Ere Schemadon und dann wird noch eine Früh, was du doch wohl auch verräsen willst. Drei Känge hat sie Romsäck und dann noch eine Menge Tauschen. Und dann werden sie noch ein paar Lied untaschen. Die wollen vielleicht auch ihr Schwimm aufholen. Becky wird dem ganz ersten Mal an Roseville. Sie muss einfach stehen und checkt nur alles. Dort die Bede beim Bohnhof, die Lied und all die Pätsfahrte, die ihre Gäste fuhren. So beschäftigt, wie das in Westen nicht. Ma, was tun wir dann, wenn du nicht in der Suche bist, will Priscilla wissen. Na, dann wollen wir bei einem Tüß anrufen, beruhigt Tante Betty auch. Die Bäckers im Stuhl, die haben auch ein Telefon, weißt. In der Familie von Abi hat auch ein Telefon. Das hat mit ihrer Mutter geschrieben. Priscilla duckt mit den Kappen. Sie hat auch mal beobachtet, als du weh mit dem Telefon geredet hast. Eine hält sich dann bloß einfach so ein schwarter Ding an die Uhr. Und dann kann einer Lied reden hören, wo du milen und milen wieder aufwunden. Und die andere Engel, die können einen verstehen, auch von einer ganz normalen Liedes vertellen. Miss Molly hat gemeint, dort wird so nie mal zu prall. Über paar, die hat auch ein paar mal gesagt, ich wünsche, wir haben auch einen. Priscilla stell sich dort so ja lustig vor, mit dem Telefon zu reden. Du, Priscilla, kipp mu, wer du eß, dort hing, rupt Becky plötzlich abgericht. Priscilla kippt sich am. Dort eß ja old Jim, wundert sie sich. Kann ich eine Arme raun, Ma? Bitte? Jo? Ober Tante Betty schattert mit den Kappen. Nee, Prissy, hier sehn nu fehl zu viel Lied ab des Bohnhof. Dann verliere ich junte bei uns auch noch. Wir wollen hier leuver stunden ticken, wann euer Abi wird komm. Ober des Züch äßt ihr noch nicht mal du? Bloß schwind mal, prachert Priscilla. Er kann nie, je sagt, Prissy, sie tonte Betty. So höfstend ging Prissy, war er besieht, ihre Sester stehen. Von den Züch wär wirklich noch nüsch zu sein. Sie kippt, war er durchhauen, wo old Jim wär. Was doide hier bloß beim Bohnhof? Hei würd doch nicht heimlich er Plietschwellen aufreisen. Ober nee, hei hat jedoch noch laatste Wege gesagt, dat hei für immer wolle in Westen blieven. Old Jim muss irgendwas anderes verhauen. Ober wem würd die vom Züch aufholen? Ober old Jim, der liet verheb nicht nur wem. Nu dat die Biede am Bohnhof, in die um Bild war er tre, mit ne Kist, wo der Fall gepackt wär. Hei sah, der abziehen weh und nab, klottert auf dem Kutschpack, en will die Roots losfahren. Ose armen Mohn hing er an, hier an die um. Hei jih, robt hei, en winkt den Cowboy til. Jih hann ach wat verjeten. Du stäht noch eine Kist, wat ook gönne es. Prissy, toi kijkt wat do passiert. Bestemt hot old Jim sich seine ewerje Sachen vom üten vasten hierhandschecken loten, en nu holt er dat of. Ober worum sachet am mes oerlich, oos de Mohn am tree holt. Hei klottert noch einmal vom Kutschpacker of, en jink dessen Mohn hing er an. Oos old Jim dan ware tem ferscheentjeum, drüch hei ne kleandre Kist abbescholle. Hei jink er nur dicht bi an Prissy, Becky, und ihre Mama verbi. Sache ernt werklich nicht? Oder? Wull hei ernt nicht sein. Old Jim, robt Becky platzlich. Hallo old Jim. Der Cowboy verfiert sich. Hei bleift stuen, en chame da ne ernt. Oh jesand dort, seht hei. Gendach Prissy. Gendach Becky. Gendach Ma'am. Und hei nam sich ein Hout auf. Wie leern hier nu Abi an ihre Mutter, erklärt Becky an. Zei kom ma'n zuig. Und wat is du hier? Becky. Moen ihre Mama er. Ek? Ek hol mein je Pack hier of. Ek ha' mi dat looten hinger aanschekken. Juf old Jim te antwoord. Ober, ek ma'n mi nu om bit spouden. Ab war er sein. De Cowboy ducket nach'm bit ma'n kopp. En an jenkei wieder. Ergis wo sachet am bit ner weis. Dach Prissy. Hei kick sich noch einmal ne ernt am. Hei hei de kist apm weon absaad. En an klottet hei hostig ware op den kutschbock. En fuw de wach. Priscilla hat keine Tietmeier sich ewe old Jim te wundern. Als plaatslich hier einer du in Gerais. En dort wird er sich. Die kam nu an. Becky kickt stier op dat schwote, prusende, graute ding. Wat nu beim Boenhof anhält. Ergis wo ćwitscht soja lyd. En de domp de kwal dobere suchbun fä. En dan jeng de dern up. En de liet steen ryd. Prissy er hei hei weon ganz kalt. So abgericht wie sei. Du kei men moan. En nach einer. En du wie ein Mialtje. Ma! Eist dort toi? Tante Betty shatter den kopp. Dort bleib ik nich. Se wilde doch met ere mama taub koum. Prissy de sacht noch wieder. Du wie eine dame. Met ne riesengraute rotblewe fahrer. On ehe haut. Wie jeder schreit, wippt de fahrer apem doel. Dort sacht sej er lastig ut. En an keim de nacht teuf rius. De ve talen sek se busig. Dort se maes krag ene moan. Met n dicken bok wie en unja gerant. Priscilla, dei must dat lachen. Becky roi der mama on e mev. Dort se han de maun. Ganz bestemt. Se voiss nu eine dom. Met ein bloß jreunet kleut. Besied ere stünden me jaltje met blande hoa. In de bed. De kickten sich so ommers, wann se wem sachten. Jo, dort se han de. Ma winkte se dom toe. En jeng er entjein. Karoline, roept se. Bertie. In de bed. In de bed. In de bed. De bed. In 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 de bed. Untertitelung. BR 2018